Gucken Sie sich das an, liebe Damen. Bestellen Sie sich das. Sie werden immer wieder diese Panty anziehen wollen. Unter den Kleidern, unter den Rücken. Die schönen, engen Hosen, die wir immer wieder präsentieren. Bei denen Sie vielleicht einfach sagen, Mensch, aber da muss einfach ein bisschen geformt werden. Da muss die Figur ein bisschen optimiert werden. Gucken Sie sich das mal an. Heißes Höschen. Ich möchte das gar nicht hier oben bis unter die Brust tragen, sondern mir reicht es vollkommen. Wenn nur der Unterbauch schön im Zaun. Und die Beine kleben nicht zusammen. Sie kennen das, sie sitzen irgendwo, es ist wahnsinnig heiß. Sie schlagen die Beine miteinander und kleben zusammen. Fürchterlich. Passiert hier natürlich nicht.